Und schon wieder in Bern. Willkommen Manuel, du studierst an der Uni Theologie. Wieso nicht in Reutlingen an der Schule der Melodisten? Reutlingen ist furchtbar weit weg und ich bin furchtbar verburzelt im Berner Oberland. Du bist im Kernteam des EMK Young Two. Was begeistert dich an diesem Konzept? Vor allem, dass es weitergeführt wird oder etwas von dem weiterlebt, das im Camp 4 schweizweit stattfindet. Dass es in die Regionen geht. Theologiestudenten haben den Ruf, dass wahrscheinlich alles über die Bibel zu wissen. In Markus 10 steht, er kommt ein Elefant durch ein Nadelöhr als ein Reicher in Gottes neue Welt. Richtig oder falsch? Falsch. Weil Reiche... Ohi Gottes, nein. Weil es ein Kamel ist. Ein Kamel ist sie. Im zweiten Buch der Sprüche steht, wer trinkt, fährt nicht. Äh, glaube ich nicht. Im 4. Mose 22 gibt es eine Eselin, die sprechen kann. Das ist ich. Mit wem hat die Eselin gesprochen? Weisst du das? Mit dem Bilea. Wahnsinn! Manuel, wirst du mal EMK Pfarrer? Wirdi mal. Was wissen wir über die Zukunft? Jetzt kommt die Offenbarung. Bist du bereit zum nochmal spielen? Mhm. Kuhstall oder Ritthalle? Ritthalle. Was lieber? Worship Light oder Predigen? Worship Light. Tee oder Kaffee? Oder Predigen? Ähm, Kaffee. Wir sind im Hier und Jetzt. Rudern oder Langlauf? Uh, Langlauf. Fisch & Chips oder Fondue? Fondue. Jazz oder Worship? Beides. Also Jazz oder Worship. Okay, lassen wir ausnahmsweise durchgehen. Zürich oder Basel? Oh, Basel. Was, Basel? Ähm, Cop oder Migros? Go. Welcher biblische Teil ist wichtig? Das Neue Testament oder das Alten Testament? Das Neue wegen dem Alten. Das Neue. Du schnurrst dich so oft raus. Entschuldigung. Ähm, Bier oder Wein? Bier. Auto oder Velo? Velo. England oder Schweiz? Äh, Schweiz. Was macht für dich die Methodistenkirchen aus? Ganz persönlich ist das mein Zuhause, wo ich aufgewachsen bin. Schon mein Grossvater ist aufgewachsen. Leute, die ein bisschen Bescheid wissen. Ähm, wissen, es ist eine weltweite Kirche, die ist vernetzt mit allen möglichen anderen Kirchen. Hat viel Tradition, aber ist auch mal so ein neuer Aufbruch gewesen. Ähm, grosse theologische Breite und so. Ähm, einfach so, ich glaube, die Vielfalt und der Reichtum, die da ist. Wo man sich nicht immer bewusst ist, aber die eigentlich sehr gross ist. Und ich danke dir ganz herzlich, dass du mein Gast hier bist, bei Methodisten getroffen. Ich bin gespannt, wer wir das nächste Mal treffen. Bleibt stabil, macht's gut. Ciao zusammen.